So, ein versauter Klippfinger, gerade noch gerettet. Nicht, Walke? Und weiter geht's. Oh Gott, bist du mir schuldig? Diese sind die Leute, die du schützen willst. Ich sollte sie töten. Beide! Jeder hier ist schuldig. Das ist ein Schalz! Lass sie aus, Joker. Das ist über dich und mich. Tell that to your Distraction over there! Glaubst du, sie will abdenken? There's your proof. You want to sacrifice yourself for Waller? Go ahead! Au! Ihr erster Einsatz ist gleich sowas. Erster Einsatz ist nicht die Antwort. Die Leute wählen und wählen, was sie glauben. Komm! Hatt' ich... Nein! Man würde ja so super Joker aus ihm werden. Ich weiß, die Serie ist total gefährlich, aber die sind echt cool. Er ist unten! Hände, wo wir sie sehen können! Eike, soll er sich wehren, oder sollen wir ihm sagen, er soll liegen bleiben? Was ist besser? Ich weiß es nicht. Wir haben zusammengekommen. Das ist jetzt, wie es endet. Kämpf dagegen an. Du hast dich selbst zu schreien. Bitte, bleib bei unten. Ich besorg dir Hilfe, X. Genau. Jetzt verliert er den Glauben, Heike. Ah! Er ist exzellent. Jetzt ist er über die Grenze geschritten, Heike. Mach' ihn fertig. Ja. Er ist gut. Ja, jetzt geht es zu Ende. Jetzt wird nicht mehr geschont. Zu Boden stoßen. Ihm zu Boden stoßen. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. D-D-D-D-D. Wie heißt es? Jetzt hat er den Punkt überschritten. Ja, jetzt hat er total die Grenze überschritten, um nur noch geschont zu werden. Uppercut Bodyslam? Uppercut. Und jetzt hat er den Punkt überschritten. Ja. Ich bin jetzt großartig. Ich bin jetzt großartig. Ich bin jetzt großartig. Oh, das ist irgendwie... Das ist ganz schön bitter, oder? So bitter. Es ist der Joker. Er ist endlich da. Und wir haben ihn ja erschaffen. Das ist die Ironie daran. Wieso ist... Er hat ihn immer erschaffen. Aber in dem Fall nicht durch Unfall. Oh. Ah, Elektroschock-Therapie wirkt hier nicht mehr. Nein. Er kreuzigt den. Maximale Spannung, Kopfstoß. Kopfstoß. Er ist großartig. Wir sind fertig. Warum? Ich... 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 wirklich wollte, ein Herrero sein, du denkst? Ich... 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 Ich weiß, dass du mich benutzt hast. Ich weiß, dass ich dich für das hate hätte. Aber ich weiß nicht. Weil ich hatte so ein guter Zeit mit dir, Bruce. Ja. X ist ein großer Weinstein und ich bin für X. Ich weiß, was du wirklich interessierst? Natürlich. Natürlich bist du mein Freund. Du bist ein... ...messet-up Mann. Und der guckt traurig auf den Bild. Puh, da wär's das ja ein bisschen. Der kriegt mal richtig Pocken, Eike, was? Nö. Nö. Da muss man fast schon ein Tränchen aus dem Knopfluft drücken. Nö. Hast du's eigentlich be... Hast du's eigentlich be... Na, egal. Jetzt reden wir weiter nach. Erstmal eine Schmauchen, ne? You too. I think the circumstances allow. Gordon was telling me how you found me. Sounds like top drawer detective work. It was a team effort. Batman led the charge. In gewisser Weise, ja. It's not easy to say this, but it looks like you saved my life. Jeder macht mal Fehler, ne? Ja. Hör ich nicht, dass ich sie mag. Ah. Das macht dich nicht speziell, Waller. Das bedeutet sicherlich nicht, dass ich dich mag. Jim, würdest du uns einen Moment geben? Batman und ich haben ein wenig unbefülltes Geschäft. Ich gehe auf den Job und die Chance für ihn. Und sicher, dass sie keine Chance nehmen. Just try not to review others' hands. Jetzt gehen wir jetzt nicht im Ständen nach all den Welten. Ja. Hose runterfällt mit was? Nein. Macht sie jetzt die Nummer wie aus... Meinen teufelschen Nachbarn. Liegen sie dann auf der Bahre, für sie abzustechen mit der Spritze. Ja, ist doch nett. Ich weiß, dass du denkst, ich bin der Teufel. Aber ich will dich verstehen. Ich wollte nicht... Ich habe nicht gesehen, dass Dinge so wie das gehen. Das kommt immer so, ne? Ich lasse die Mission aus dem unter mir. Kicks. Sicher? Ja. Ja. Okay. Ich will nicht hören, Waller. Seh mich für deine Bosses in D.C. Sie sind nicht schuldig, wie die Sausage wird gemacht. So lange sie immer noch ihre Fischung haben. Das ist wichtig. Ja. Ich rieche dich. Sie reden doch Mist. Sie sind zu weit gegangen. Ah. Was? Ich habe jetzt einfach zu weit gegangen. Sie haben Dinge auf dem Brot. Du! Du! Eike, das ist auch gut. Sie ist ein Batman-Hater, Eike. Hm. Verschwinden? Nein, nein, das weiß ich auch jetzt nicht. X. Ja. Verschuldige aus meiner Stadt. X. Okay. X. Don't fool yourself, Waller. You are too. X. I know exactly what I am. I choose not to live in denial. We're done here. Signal the withdrawal. I'm not gonna miss her, that's for sure. X. 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 Sollte er weitermachen, finde ich. Kämpfst du mal, äh, vielleicht sollte er uns zur Ruhe setzen. Ich will, dass wir ihr Partner sind. Partner sind? Ja. Moment, bedeutet das, er wird jetzt wieder Commissioner oder wird er der nächste Robin in Alt? Ich weiß schon, sein Superhelden-Namen, Eike, ne? Ich bin der Schlorbart. Oder Grumpy Gieser. Der Mastache. Genau. Commissioner Gordon in... Der Mastache. Der Mastache, DC. Der nächste, der nächste DC-Film, genau. Der wird damals schon genauso wie Batman v Superman. Und dabei sah es doch genauso aus wie John, ne? Die Silhouette. Ja, das war der Trick. Das war beabsichtigt. Da haben die Entwickler mitgedacht. Oh, Eike, jetzt kommt wieder eine richtig wichtige Entscheidung. Wegen der Rittler-Geschichte. Ein Finger ist weg. Ja, also kann man sehen. Ja, das kann man sehen. Ja, das kann man sehen. Ich hätte es mir sagen können, ich würde es nicht erfahren. Sollst es Angst haben. Nein, ich hätte es mir sagen können. Ja, ja. Ja. Warum haben Sie mich nicht mehr darüber gesprochen? Ich... Ich wollte mit Ihnen arbeiten, um Teil Ihrer Mission zu sein. Aber Sie haben das von mir gehalten. Ein Mast. Ich weiß. Ich bin sorry. Ich wusste, das würde alles verhören. Du hast recht. Rittler hat meine Familie entfernt, Bruce. Naja, der andere Robin tönt doch auch mal, Leute. Aber, ja. Und Luke? Er schlägt sich einfach raus. Mein Vater hat sie verbrannt. Es kommt mir bekannt vor. Es hat alle uns verbrannt. Ich will nicht für Vergangenheit. Aber ich hoffe, Sie können es verstehen, warum ich es tun musste. Ich fühle mich so kraftvoll. Nein, nicht rechtfertig worden. Inks. Sicher? Er hätte Joe Chill auch getötet. Ja, Inks. Sicher, okay. Revenge ist ein Impuls. Er will, um zu beobachten. Ich kann es nicht bedenken. Aber ich verstehe es. Danke. Das bedeutet sehr viel. Ich könnte es nicht beobachten, wenn Sie mich verbraten. Ach, so extrem höre ich jetzt nicht sehr eng, aber... Also, woher gehen wir von hier? Eine große Frage. Knasten wir sie jetzt ein? Und dafür hört sie zu böse, oder? Brauchen wir ein Mentor. Ich sage, wir drücken ein Auge zu in diesem Fall. Peace. Genau, stell dir die Zusammenarbeit mit ihr wie eine Strafe vor. Wenn du wieder jemanden umbrichst, dann knaste dich ein. Aber nicht mal wirklich. Sie kann fliegen. Hm. Ja, das ist schon ein bisschen stärker als so eine Standarddrohne, die man irgendwie bei Aldi kriegt. Oder wie Diamant, Reservatoren, nachdem. Ja, weißt du ja, was passiert wäre, wenn man es anders entschieden hätte, Nike, ne? Wie denn? Dann wäre sie wahrscheinlich dann zum nächsten Böseweg geworden. Zu Jet Girl, oder was auch immer. Jetzt kommt die schwerste Entscheidung. Ziemlich viele schwere Entscheidungen in dieser Folge. Ich wollte eine Noten schreiben, aber ich bin nicht ein Böseweg. Zumindest will ich nicht mehr sein. Nicht mehr. Dann wieder, das wird nicht die erste Mal, dass ich meine Courage in einem einzigen Malt gefunden habe. Courage, für was? Ich sage, good bye. Du kannst mich nicht verlassen. Mach mal Ursa. Hau ab! Kannst du uns nicht verlassen. Du kannst mich nicht verlassen, Alfred. Ich weiß, Dinge haben sehr hart, aber sie werden besser. Please, nicht versuchen, mich zu stoppen. Meine Entscheidung ist bereits gemacht. Deine Protestationen, sie werden niemals einfacher machen. Diese Krieg unserer Wunsch ist nicht, was es war, als wir angefangen haben. Ich schaff das nicht ohne dich. Du sagst, das wäre erst kein Feigding. Das ist einfach mein Bastler. Das ist einfach mein Butler? Sicher? Okay. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Die Welt ist halt grau. Schwarz und weiß passt nicht. Ja. Du hast den Plan unterstützt, aber es hat funktioniert. Äh, Higgs. Man macht halt mal Fehler. Ah, jetzt hat er mit Batman zusammengefasst. Genau. Ich weiß, dass wir nur die Dinge schlimmer machen. Ein Dreckvolles Gefühl, ich weiß. Aber eine, die mich aufwacht. Das ist das. Was ist das? Was ist das? B, B, B. B. Ich bin nicht blind zu den Schmerzen, die ich mache. Ich bin nicht zu dem Chaos, die in Gotham spüren. Aber ich muss glauben, dass das Goode ausweist das Bad. Ich dachte, dass du das auch gemacht hast. Nicht mehr. Jeder, der mit uns in Begrüßung kommt, könnte alles besser machen. Als ob ihr Enthusiasm uns bemerkt, wie es in den Anfang waren. Wir haben sie in Gefahr auf ihrem ersten Tag. Sie schrauben Maschine-Gunzen an einer Verrückungsszene. Die Leben, die wir touchen, sind durch Schmerzen. Freunde, Freunde, Innocenten. Kriegt nicht das Verlust, wir können das reparieren. Higgs. Ich wusste doch, dass es psychologisch ist. Ich wusste doch, dass es psychologisch ist. Ich wusste doch, dass ich es falsch gemacht habe. Aber ich wusste doch, dass ich es falsch gemacht habe. Aber ich wusste doch, dass ich es nicht fühle, dass ich etwas in dir gesehen habe. Die Trämmen, die Schmerzen, die Schmerzen. Ich wusste doch, dass es nicht so gut ist. B, B, B. Ich werde nicht zu meinem Vater. Oh. Okay, vielleicht bin ich mehr wie mein Vater, als ich möchte, sagen Sie, aber unsere Weg sind anders. Kannst du nicht sehen? Die Weg sind die Weg, aber sie enden in dem gleichen Ort. Ich werde nicht zu dem Haus. Ich werde nicht zu. Ich werde nicht zu. Ich wurde nicht zu. Ich habe, dass es so gut gemacht hat. Ich werde nicht zu. Ich werde nicht zu. Aber wir haben uns doch dafür entschieden. Du hast dein Bestes gegeben. Und da gibt es immer mehr Fahrzeugen im Flugzeug. Du musst es nicht tun, Bruce. Es gibt andere Möglichkeiten, die gut in der Welt zu tun. Aber du, du hast alles in dein Krupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp-Grupp. Das ist hart. Wollen wir Batman aufgeben oder wollen wir Alfred aufhalten? Es bleibt nicht sein, dass Batman das einzige, was dieser Stadt hilft. Alfred, warte. Würden Sie bleiben? Wenn ich bereit bin, was Dinge anders wäre. Ist das ein, was du behauptet? Wie du gesagt hast, gibt es viele Möglichkeiten, um zu helfen. Ich bin sicher, dass die Stadt ein Mann mit meinen Talenten und Ressourcen nutzen kann. Wollen Sie sicher? Ich werde das alles, was es braucht, um unsere Familie zusammen zu halten. Auch wenn das... Mit mir. Also, bitte. Ich sage mir, dass du bleiben kannst. Oh, vielleicht nur noch eine Nacht. Wer zuletzt lacht? Wer lacht am besten? Und das war Episode 5 von The Enemy With In. Oh. Ja. So. Dann schauen wir mal, wie die Beziehungen sich geändert haben jetzt. Ich sagte in der ersten Folge, wir gehen voll Batman. Aber wir haben uns nicht für Batman. Es gibt einige Dinge. Wir haben uns nicht für Batman entschieden, wir haben uns für Batman entschieden. Richtig, aber... Wie erklären wir das? Oh, 50%? Haben ihre Bedeutung für die A.D. zurückgewiesen. Genau. Wo sie sich für A.D. schüttet, aber für euch steht, dass sie mal etwas falsch ist. Genau. Und Walla. Thunderbolt! Ich bin die ganze verdammte Hurricane. Wir sind in einer Patz-Situation mit ihr. Vielleicht schon dieses Zinkern. Genau. Hast du aufliegen lassen? Staatsfeind sind wir ja. Obwohl dein Wissenschein immer noch... Als deine Feinden verlassen. Genau. Großartig. Ja, ich glaube mit der mit keiner großartig wäre ich befreundet sein. Gothams Sicherheit ist weg von unter mir und ich kann es nicht verstanden. Okay, über die Hälfte haben wir die Entschuldigung auch angenommen und sind versöhnlich mit ihnen gewesen, ne? Ja, bis auf die Catwoman-Geschichte. Aber, ja, der letzte hat es dann doch noch geholfen, dass wir ihnen gesagt haben, dass wir ihn verziehen haben. Okay. Wer ist der Nächste? Oder er die Nächste? Ich weise meine Optionen und... Was kann ich sagen? Ich mag nicht, zu verlieren. Eike, guck mal. Wir sind wirklich... Äh, ja. In dem Fall sind wir jetzt wirklich, äh... Eine Minderheit. Haben Selinas Strafregister gelöscht? Ja. Nur 2,6%. Da muss ich einen Screenshot von machen. Obwohl... Nee, mein ich. Obwohl... Läuft das? Genau. Genau, genau, so. Sie noch mal bestürzt, als Hardy dir nach den aufwiegenden Tagen zu Tod vor Hotel eingeladen hast. Ja, vielleicht kommt sie noch mal wieder. Und was ist mit Tiffany? Ich werde dich nicht unterziehen lassen. Hm. Ja, die meisten haben sich dafür doch entschieden, dass sie der Nächste Robin wird, nicht wahr? Ja. Und verziehen, anstatt dass sie zur Bösewichtin wird. Die wird dann hinterher springen müssen. Sie wird kein Bösewicht, hab ich schon nachgeguckt. Auch wenn man sich dafür entscheidet, sie einzuknasten? Hm. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Nein. Das würde zu viel Storyänderung hervorrufen. Die kriminellische Insane. Du bist zu ihnen getrennt, nicht wahr? Und auch wieder knapp über die Hälfte haben, sich auch dafür entschieden, Avesta zu... hinzuzufügen, als Stoff in... Ja, genau. Und weiter. Genau. Wenn ein Mann in Plain-Sight für so lange hängt, dann verwendet er, wer er wirklich ist. Auch nur ein kleiner Bruchteil der ganzen Spieler haben, äh, die Maske des Batman aufgegeben zur... Für... Ja, genau. Für Alfred. Er ist immer noch zutief beeinf... Wie heißt das? Genau. Besorgt. Naja, gut. Wäre ich in dem Fall auch. Okay, wer ist der Nächste? Bane. Nicht ganz. Psst. Wir sind zwei Threads in dem gleichen Stich, verbunden zusammen. Auch unter Strain. Hm. Interessant, Eike. Auch nur ein kleiner Bruchteil der Leute wollen nicht mit ihm befreundet sein. Immer... Auch selbst nach dieser Nummer. Und weiter. Naja. Das wird wahrscheinlich auch eine große Einwürfe. Und Schluss haben wir es die nächste Staffel. Ja, und das kennen wir ja schon... Das ist jetzt aus den vorigen Episoden. Mit dem Freeze, dass wir den Regler aufgedreht haben. Dass er Bane getötet hat und der Harrison dafür erschlagen hat. Oh! Viele sind auch dafür gewesen, sie als neuen Robin einzuführen. Gleich bei dem ersten Einsatz. Okay. Dann kann ich mit... Dann gehe ich mit d'accord. Ja. Du auch, Eike, ne? Äh. Haben sich geweigert gegen Waller. Ja, nur ein kleiner Bruchteil der Leute mögen Waller. Hör auf, immer Bruchteil zu sagen. Sag doch einfach ein Drittel. Ein Drittel. Und hier ist es auch eher gespalten. 36 für Wolfrid. Kleiner Bruchteil. Äh, kleiner Teil. 5,7 und der Rest? Hm. Und weiter. Ja. Welchen haben wir besiegt? Es gibt mehrere. Ach, stimmt ja. Ja, es gab ja den Unterschied zwischen anfangs und malen Joker. Den Vigilanten-Joker besiegt. Ja. Wir haben die Batman-Version des Jokers besiegt. Genau. Und weiter. Und hier nochmal die Zusammenführung. Ja. Das war's. Ja, das war's. Wir sind durch. Es war die älteste Staffel. Und weiter. Ja. Bis wir ins Menü kommen. Hm. Oh, Fotos gesammelt. Was ist das denn? Hm. Das ist wahrscheinlich unter Extras. Übrigens, Eike, ist dir aufgefallen, dass bei Batman, wo er es gesagt hat, dass da so ein Halt runterliegt war? Hm. Oh. After Credits. Wie bei Marvel. Nicht wie bei Marvel. Bisiter für John Doe. Es ist Joker. Bruce. Hallo. Hahaha. Hahaha. hast du diese verschwitzen schnitzte lächeln gesehen heike ja ich bin mir ziemlich sicher dass das auf staffel drei wann die auch immer kommen wird ich denke mal die fünf jahren naja ich glaube nicht dass sie so lange dauern wird wie bei hier wohl schon mal aber batman season zwei und zwei dabei und die zeit ja zwischen jetzt auch relativ kurz so nicht ein bisschen ich glaube fables oder beziehungsweise ja wolf amangas war vielleicht nicht so der der hit deswegen batman ist halt eine große marke werden wir dann sehen ob sich was gutes ausdenken wenn wir sehen ob dann schon schräg kriegt joker dann wieder auftreten einige änderungen sind nicht so gut welche zum beispiel das zum beispiel mit harley das harley jetzt mag ich nicht dass harley jetzt nicht die der anhängsel ist wie man sie eigentlich normal kennt die total die auch was ich an jokers benutzen klopapier stüffeln würde die schon sie wird sie ist dafür aus drauf ausgelegt ja dieser charakter zu sein diese psychische abhängigkeit die fehlt ihr und trotzdem wapp 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 der gag war ja dass man harley immer mit ein zwei schlägen umhauen konnte ach du meinst das ja so ist in der arkham reihe ja auch so dass man sie immer so und dann arsch an die hand ja sie ist ja halt auch keine großartige kämpferin richtig ja und hier haben sie das hat auch gezeigt wenn man ganz sie hat hat ab und zu ein paar attacken ja und die haben normaler bei batman haut sie auch mit ein paar schlägen natürlich typisch also von wegen diese feministen nummer ach komm läuft nicht da haben sich dann doch nicht so viel getrat nach ob da eigentlich so eine feldesnummer ausgemacht hätten von wegen ja super emancipated harley quinn ja ich bin nicht abhängig von joker das war doch der sinn hinter ihr auch diese diese college girl reiches mädchen nummer aus who is that squad scheiße wie so die fahren da mit dem lamborghini mit weißen klamotten also richtig wie reiche leute so diese rich spoiled kids nummer ach ja du meinst ja die szenen diese diese wenigen szenen aus who is that squad mit jokern meinst du ja 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 diese zwei szenen genau diese gefühlten zwei szenen genau wie er so lacht er kann jerry du kann nicht mal lachen er hätte wahrscheinlich mehr gezeigt wenn sie nicht alles rausgeschnitten hätten zum größten teil vielleicht hat das gerettet den film vielleicht hätte es nicht gerettet ja nicht naja der soziopath ist halt nicht so gut naja du bist hat das dann die chance auf jetzt ein parley quinn film ein bisschen geschmiedert ich glaube da kommt zum glück aber die sie dümpelt ja eh so wissen vor sich hin die machen keine guten filme die sie und das ist doch schon ja wie kann man sagen die sie aber es hat aber movies sacks ist das dass das firmen logo genau serien sind gut die serie sind gut ja hier außer gotham die ist scheiße ja ja weil sie jetzt versuchen mit aller kraft den joker reinzukloppen ja ich habe das video gezeigt ja jetzt haben sie den jerome noch mal neu gemacht ja sie haben geteilt und demnächst gibt es den dritten zwilling vielleicht oder er macht irgendeine dna nummer so von wegen ja ich bin jetzt auch der joker wie das man sich ja auch kennt aus arkham knight und asylum ich habe mir das joker blut verabreicht jetzt werde ich auch zum joker ja gut also dann sehen wir uns dann aber bei nächsten staffel du hast kein fazit abgegeben mein fazit einige personen war ein bisschen zu kurz wie zum beispiel die vierte war dieser ja die war auch aber der fahrt ist die harte einschneider entscheidung von wegen a oder b im sinne von gut oder schlecht gehen lassen oder batman sei noch was ja also es ist ein spiel es ist ein visuelles war ganz klar sagen es ist eine visuelle novel eike definitiv ja das ist halt das telltating wenig interaktion viel eigentlich im grunde ist es fast genauso wie bei einem interaktiven film dass du einfach das nächste kapitel es ist ein interaktiver film ja ist es aber halt nur gezeichnet nicht mit irgendwelchen lorten von greenscreen die in einer halle rumlaufen naja aber ich bin eigentlich zufrieden mit zumindest von der präsentation und den charakteren vor allem der joker ist perfekt und kein joker der nicht dadurch entstanden ist dass er irgendeine suppe in irgendeine suppe gefallen ist doch ist aber das hat man nicht gezeigt ach quark der witz ist ganz einfach ja der sprecher ist perfekt ich meine hat auch gerade gesagt in love with me you love me i want that you love me ja 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 wir haben geschippt genau tate hat geschippt ganz definitive sache es ist ein riesen gag gewesen ja ja okay aber schon eine gute stelle dann warten wir jetzt erstmal ein paar monate ab und schauen mal was dann die nächste dann kommt dann die ankündigung für season 3 kommt aber ich möchte dass er der nachfolger von mark himmel wird für die nächste arkham spiele nein für den nächsten joker welchen sinne meinst du jetzt sprechen mhm ach du meinst du zeitregal ich meine der der bruce wang gesprochen hier hat ja den joker in arkham origins gesprochen war meh ja und den anderen arkham äh quatsch telltale geschichten haben wir die stimme ja auch schon gehört aber es ist nicht weiter tragisch der witz ist ganz einfach ich will diesen als joker haben er hat das lachen er hat die stimme er hat dieses er hat einfach diese atmosphäre hat das feeling meinst du ja er ist gut ja das ist bestimmt nicht gerade in anfangs anfänger schauspieler ne möglicherweise ja doch möglicherweise muss man informieren wissen wir ja nicht kann man ja nachschlagen mark hamill ist ja auch kein großer schauspieler gewesen er war einfach nur kid er war skywalker genau ja er war skywalker und dann war durch dann nur so nebenbei geschichten halt so filmmäßig richtig aber synchron hat da richtig viel reingelegt machen die meisten leute ja so im sinne von ah ich habe meine serie mitgespielt oder so danach dann ich habe aladdin gesprochen oder so was ja genau insofern ziemlich gut gemacht oder so und ich hoffe wir sehen ihn wieder der oder hören also na gut also warten wir ab was dann demnächst kommt genau überlänge folge wieder genau ist das ende sehen wir dann wann dann die ankündigung kommt von arkham quatsch von batman telltale äh 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 season 3 vielleicht vielleicht doch nicht Ende des let's plays ja Ende des let's plays vielleicht ist ja auch wieder jahre vergangen oder monate dazwischen dann also dann das habt ihr nicht gesehen also bis dann ciao